Ein paar erklärende Worte am Anfang. Und zwar haben wir die Charaktere personalisiert. Eigentlich spiele ich nur Link. Es wächst eigentlich auch zu Not wieder, dass ich auch mal Mario oder Fox gespielt habe. Im Eigentlichen bin ich Link. Liebe Dragon Star, ebenfalls im Audio zu hören, hatte Pikachu, Kirby und in Späten eigentlich nur Samos. Das Black Dust, auch Schwarznebel oder Manda, hat mich für Bowser entschieden und wird somit auch immer als Bowser personalisiert. Das war so ein kleiner Joke, den wir daran gemacht haben, um einfach nur zu verstehen, was wir da eigentlich gemacht haben. Ich bin für Link. Okay, ähm... Nein, also Draggy ist für Kirby, ne? Mhm. Und Manda hat gesagt Bowser, ne? Okay. Mhm. Und jetzt muss ich den noch minimieren, sonst sehe ich nichts. Ja, machen wir mal hier auf, ein bisschen höher. Auch wenn es ewig nicht mehr gespielt hat, außer wenn ich nur ein ganzes Stückchen zurück muss. Ah, äh, äh... Ja... Hm. Nein, das hat mich gefressen! Zui, verschwinde! Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, dass ich absolute Lust hatte, dieses Spiel zu spielen? Was denn? Wegen dem, äh, schon... Wegen dem Turnier, was die anderen gerade machen. Und da ich kein Boreal habe. Manda! Manda! Hm, hm. Trotzdem rege ich mich jetzt auf. Jo, ich sammle gerade Punkte als Jongleur. Cool. Oh, ich liebe diese Musik aus dem Spiel. Yay! Nur und weise habe ich meinen Speicherstand nicht mehr. Ah, da hätte ich nämlich Roy gehabt. Ja, komm, steh auf. My virginius? Hm? Manda hat gerade geschrieben, my virginius. Keine Ahnung. Manda, sag bitte, was du sagen willst. Und zwar auf Deutsch. Nicht auf Japanisch oder Englisch oder Chinesisch. Tschüss. Ich habe gesagt Tschüss. Ne, 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 ne. Der Wüstungsnützung. Pach, tschüss. Schon wieder ein Doppel-Out. Na komm, kämpft ihr mal gegeneinander. Ich hau ab. Ach, Mann. Hört auf, mich zu verfolgen. Äh, 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 äh. Ihr dürft den Bo- Bowser, du siehst ein bisschen Bescheid aus mit dem Schirm. Aha. Er ist natürlich viel gefährlicher als meine Klauen. Wer? Der Regenschirm? Äh, Glurak! Keine Ahnung. Hey, Pokéball, Pokéball, Pokéball. Das war nicht mein Glurak. Wessen Glurak war das? Bains. Hehehe. Ja. Ach ja, ich nehme Pikachu. Manda, möchtest du dich auch umentscheiden? Oh, äh, nicht ich, ich nehme Pikachu. Nein. Äh. Hm, nehme ich Zelda. Du nimmst Pikachu. Pika-Bee. Da mache ich den Chat wieder weg. Pika-Bee. 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 Ist das eigentlich eine Zwei? Ich weiß gar nicht. Lass mal so. Oh Gott. Äh. Sind die alle gegen mich, oder wie? Hehehe. Das war ein Tritt in den Hintern. Hehehe. Da, geil. Eine Doppelkomo von uns. Oh nein. Oh nein. Schmuck! Nein! Hilfe! Oh, Messer! Messer! Nein, Messer weg! Kapsel! Patsch! In die Fresse! Schön! Nein! Ich glaube, ich sollte die Computer auf ein bisschen härter stellen. Ups! Na, bleibt doch nicht! Oh Mann, schon wieder ist erster verloren! Das ist doch total Mist! Ich spiele heute mal Yoshi, und zwar... Claudi! Du wolltest... Warte noch! Schwarz! Ja, warte noch, dann entscheide ich mich auch um! Was ist was? Und zwar... Ich entscheide mich auch um... Und zwar genau die rechts neben Kirby! Samos? Ich bin... Ja! Samos! Ich bin der Beste der Hirnlosen Kais! Yeah! Gerade der Comment von Manda! Echt? Ja! Ah, danke! Endlich die richtige Farbe! Achso, ich bin der Beste der Hirnlosen Kais! Ja, geil! Weil... Wollen wir euch machen! Und meine... Regenbogenraserei! Ich glaube... Ich glaube, der wird jetzt nicht ausrasten! Weil er in der Regenbogenraserei einfach die 100 Münzen nicht zusammenkriegt! Hehehehe! Ich bin Claudi, der... Zuckerwatte Yoshi von Sui Shomaru! Tschüss! Ich glaube... Manda hat auch etwas gegen die Regenbogenraserei! Stimmt's, Manda? Manda! Regenbogen! Ich werde allein wegen dem Level als erster sterben! Hehehehe! Schön! Schöner Comment, Manda! Sehr erheternd! Nein! Aaaaah! Hehehehe! Ich hab mal eingeworfen! Hehehehe! Das nennt man wohl Save-Out, ne? Hm... Ich habe einen Herzcontainer gefunden! Jetzt kriege ich ein neues Herz! Aha! Ich habe den Boss besiegt! Bowser! Hehehehe! Hehehehe! Das war jetzt fies! So, der ist weg! Oh, es geht runter! Abwärts! 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 Ups! Ich hab noch gar nichts gemacht! Hey, ich bin Fox! Ich bin... Hehehehe! Bowser ist gleich gestorben! Hehehehe! Was? Echt denn? Wie geil! Wie geil! Wie geil! Hehehehe! Manda, was machst du? Wie geil! Hehehehe! Keine Ahnung! Vielleicht konnte es das Pink nicht ertragen, was mein Charakter anhat! Es ist Pink! Meiner hat pinke Schuhe an! He! Guck mal! Etwas zu deinem Charakter! Du bist Fox und hast pinke Schuhe! Hehehehe! So weit war ich auch schon! Hehehe! He! Und noch Wetter! Bowser ist bei dem am Blick direkt sterben gegangen! Hehehehe! Hehehehe! Quatsch! Tot! Du dreh... Er trägt Violett und das sieht bei der... Ich seh nichts mehr! Hehehehe! Kamera sei besser! Oh Gott! Pfff! Pfff! Boah! Das war ein kurzer Kampf! Das war ein Spektakel! Bowser, du hast ja schon hier Selbstmord begangen! Hehehehe! Er trägt's wirklich nicht! Ja! Ja! Aber Violett sieht beim Tag eher aus wie dunkles Pink! Hehehe! Das Spiel schießt die Star Fox! Ich bin voll der Selbstmord-Opfer! Ich bin voll der Selbstmord-Opfer! Star Fox ist dieses Jahr 18 geworden, ne? Ja! Grad kommend von Manda, ich bin voll der Selbstmord-Opfer! Hehehehe! 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 Egal kommt man nach, ob wir dich jetzt mit deiner geringen KI kaputt kriegen! Hehehehe! Hehehe! Hey, das ist unfair! Ich komm's alleine gegen euch! Das ist gemein! Ja, bis jetzt hast du immer gewonnen! Hehehe! Es wird lustig, wenn du gewinnst! Hehehehe! Dann wird's peinlich! Hehehehe! Ups! Ach, die macht euch schon gut fertig Verschwinde Das war ein Glückstreffer Oh, der war hart Wie erbittert du dich noch wehrst gegen uns Und Bowser, was machst du da schon wieder? Heute trägt doch keiner Pink Ja, ich habe einen Link und ich habe zwei Schwerter Und Bowser ist raus Nein Oh, ich bin an der Kiste gestorben Mein Schwert ist weg Nein, mein zweites Schwert ist weg Boom, boom, ich bin ein Link Halber Ach so, Wurfmann Nein Togepi? Oh, 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 oh Ähm, ähm, hat er was gesehen? Was war das? Ich glaube, das war Togepi-Schwähigkeit gerade Ja, und dann noch Elektroball dazu von mir Der einen schädigt, wenn er explodiert Und dann weiß man gar nicht, wo man ist Das kann nur lustig werden Bye, bye Oh, das war ein Pompomp Schön Ups, einfach weggerollt Boah Boah Ach, was ist das? Nein Nein Oh, Gott Hilfe Oh, Gott, haben die einen Vorsprung Nein Hilfe Manda, ich muss dich schlammer machen Oh Oh Nein Oh Blumpflieg raus Manda, warum hast du nur noch ein Leben Und warum hab ich nur noch zwei Leben Und warum hat Samus noch vier Leben Okay, drei Weil ich unbesiegbar bin Nein, nur noch drei. Unbesiegbar bist du nicht. Kirby, unbesiegbar, da fliegt. Hey, neue Karte. Hey, neue Karte. Und Samos begeht fast gleich Selbstmord. Und Bowser begeht auch gleich Selbstmord. Was ist denn hier los? Komm, stell dich Bowser auf schlau. Wie begeht der schon Selbstmord? Aber bei mir war es nur ein Fast-Selbstmord. Samos kann Balljump. Zumindest kann sie das im Original. Im Spiel. Ach, das Birdo. Hallo Birdo. Ich hab doch gerade eben dein Ding gekriegt, oder? Hey, Kommentar von Manda zu dem, glaube ich, Bowser-Selbstmord. Ich bin zu gut für diese Welt. Geht sterben. Merkt man. Nein! Ui! Ich liebe diese Karte, die ist cool. Und ich begehe Selbstmord, indem ich mein Schwert als Stein mache. Ich sage nie wieder, dass ich diese Welt liebe. Ich hasse diese Welt. Hoi! Hoi! Und hoi! Uh! Uh! Ich bin im Fernsehen! Ich bin im Fernsehen! Hui! Mhm! Mhm! Irgendwie habe ich Lust, Meurus 3 zu zocken, aber ich habe das Spiel nicht. Ich glaube, ich muss mir wirklich mal auf den Emulator zuhen. Ich habe es, aber ich habe meine Super Nintendo nicht mehr. Die ist bei meiner Oma. Ups! Ein Relaxo! BOOM! Schön! Ups! Du bist schon raus? Was hast du denn gemacht? Ach, halt die Klappe! All this is all! Neun! Habe ich doch auf neun gestellt, oder? Ähm, aber nicht alle. Echt nicht? Dan, nur Dan! Ups! Sofort wieder raus! Sofort wieder raus! Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon! Ich cheater! Weißes Kostüm? Hm? Link hat ein weißes Kostüm? Nur in dem Spiel. Mhm! Ah! ICs Kostüm? Okay. Vielen Dank.